Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Mein heutiges Video ist mit Unterstützung von Somat und ich habe heute nicht nur ein super leckeres Rezept für euch, ich habe nämlich eine lecker fruchtige Prombertart mit zartem Mürbeteig und weißer Schokolade für euch. Ich zeige euch am Ende nämlich auch einen Einblick in meinen Küchenchaos nach einem Back- und Drehtag und ich garantiere euch, auch bei mir sieht die Küche nicht so aufgeräumt aus, sondern sie sieht aus, als hätte die Bombe eingeschlagen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es rentiert sich auch bis zum Ende dran zu bleiben, denn es gibt nämlich auch ein Gewinnspiel, zu dem ich euch aber am Ende etwas mehr verrate. Wir starten jetzt los, ich zeige euch die Zutaten für den Mürbeteig und anschließend auch die Zubereitung. Wir benötigen 220 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Teelöffel Vanillearoma, alternativ könnt ihr auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden. Außerdem brauchen wir 125 Gramm kalte und in Würfel geschnittene Butter, 60 Gramm Mandeln, gemahlene Mandeln, ein Ei der Größe M und etwas Abrieb einer Orange, so ungefähr einen Teelöffel. Für den Mürbeteig werden einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel gegeben und miteinander verknetet. Ich mache das sehr gerne hier mit meinem Teigkneter. Wenn ihr diesen nicht habt, könnt ihr natürlich auch die Knethaken eurer Küchenmaschine verwenden. Anschließend arbeite ich den Teig nochmal mit den Händen nach, sodass sich die Krümel miteinander verbinden, packe ihn in Klarsichtfolie ein, drücke ihn flach und gebe ihn so für eine Stunde in den Kühlschrank. Ich backe heute in einer 28 cm Tartform. Meine hat einen Hebeboden, was super praktisch ist, denn dadurch lässt sich die Tart nachher super einfach herausheben. Meine Tartform, die fette ich nun ein und stelle sie auf die Seite. Der Teig ist nun gut durchgekühlt, er hat eine Stunde im Kühlschrank gelagert und nun rolle ich ihn zwischen zwei Backpapierlagen aus. Ich rolle ihn etwas größer wie die Tartform aus, nehme nun das eine Backpapier weg und hebe den Teig mit Hilfe des zweiten Backpapiers in die Tartform hinein und drücke diese schön fest. Anschließend ziehe ich das Backpapier ab und arbeite den Rand mit den Fingern und mit den Teigresten nochmal nach, sodass dieser schön gleichmäßig ist, auch gerade der obere Rand schön gleichmäßig mit der Tartform abschließt. Anschließend muss dieser nochmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Durchkühlen. Während der Boden nun im Kühlschrank steht, bereite ich schon mal die Füllung zu, denn für die Füllung brauche ich eine weiße Schokoladen-Ganache und diese muss auch nochmal etwa 20 Minuten auskühlen, bevor sie auf den kalten Mürbeteigboden gegeben werden kann. Ich zeige euch jetzt die Zutaten für die leckere Füllung und anschließend natürlich auch die Zubereitung. Wir benötigen 250 Gramm weiße Schokolade, 600 Gramm gewaschene Brombeeren, 250 Gramm Schlagsahne, 10 Gramm Speisestärke, 2 Eigelbe und 2 Teelöffel abgeriebene Orangenschale. Die Sahne gebe ich in einen Kochtopf, lasse sie aufkochen, nehme sie anschließend vom Herd, gebe die kleingewürfelte Schokolade hinein, decke den Topf ab und lasse das Ganze 5 Minuten stehen, bevor ich die Schokoladen-Ganache glatt rühre. Anschließend gebe ich den Orangenschalenabrieb dazu, rühre die Speisestärke sowie die Eigelbe zügig ein und lasse die Ganache 20 Minuten auskühlen. Ist dies geschehen, nehme ich den gekühlten Tartboden, steche ihn mehrfach mit der Gabel ein Gebe die nun etwas abgekühlte Schokoladen-Ganache hinein und verteile einen Großteil der Brombeeren in die Schokoladen-Ganache. Zwölf Stück habe ich mir auf die Seite gelegt, die benötige ich nämlich nachher für die Dekoration. Anschließend kommt die Tart in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 40 bis 45 Minuten. Ist die Tart fertig gebacken, muss sie auf einem Auskühlgitter in der Form vollständig auskühlen, bevor sie aus der Form herausgelöst und dekoriert werden kann. Bei der Deko könnt ihr ganz variabel sein und sie so dekorieren, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mich für die zwölf zurückgehaltenen Brombeeren, 125 Gramm Schlagsahne und ein Sahne-Steifmittel entschieden. Die Schlagsahne schlage ich mit dem Sahne-Steifmittel steif. Gebe diese anschließend in einen Spritzbeutel mit einer Sterntülle und dekoriere die Oberfläche der leckeren Brombeer-Tart mit zwölf Sahnetupfen sowie den zwölf zurückgehaltenen Brombeeren. Zu Anfang habe ich euch ja gesagt, ich zeige euch anschließend ein Behind-the-Scenes, denn so wie meine Küche jetzt aussieht, sieht sie natürlich nicht nach einem Back-und-Drehtag aus, sondern so. Alles steht rum, nichts ist weggeräumt, wartet jetzt, bis ich es wegräume. Und das mache ich jetzt ganz schnell, bevor ich mit meiner Familie meine leckere Brombeer-Tart aufnasche. Damit das Chaos bei mir nicht ganz so ausartet, achte ich schon von Anfang an drauf, dass meine Spülmaschine leer ist, sodass ich im Nachhinein wirklich alles direkt einräumen kann und nicht erst auf die Spülmaschine warten muss, weil vielleicht noch andere Sachen drin sind. Meine Spülmaschine ist in meiner Küche mein absolutes Heiligtum, weil ich sie halt auch sehr oft benutze und deswegen pflege ich sie auch. Und super funktioniert das hier mit den Maschinenpflegern, die man einfach mit in den Spülgang hineingibt. Bist du so lieb und nimmst den Müll? Okay, klar. Dann nehme ich nämlich die leckere Tart, die wir uns jetzt bei einem Tässchen Kaffee schmecken lassen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. Das Gewinnspiel möchte ich euch natürlich nicht länger vorenthalten. Ich möchte gerne folgende Frage beantwortet haben und zwar möchte ich gerne wissen, warum du so gerne mit mir und deinem Lieblingsmenschen etwas Leckeres kochen und gemeinsam genießen möchtest. Schreib mir deine Antwort in die Kommentare unter dieses Video und dann bist du automatisch mit im Lostopf. Das Gewinnspiel startet ab sofort und geht bis einschließlich 30. Juli 2018, 24 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird im Anschluss von mir gezogen und benachrichtigt. Zu dem Gewinnspiel findet ihr alle Teilnahmebedingungen hier unter dem Video in der Infobox. Was gibt es zu gewinnen? Das möchtet ihr natürlich auch wissen und das will ich euch natürlich auch nicht weiter vorenthalten. Ihr gewinnt eine zweitägige Reise nach Hamburg mit einer Begleitperson eurer Wahl. In diesem Preis ist enthalten die An- und Abreise sowie eine Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel inklusive Frühstück und die Teilnahme an einem Cleaning & Cooking Challenge Event, an dem du mit deiner Begleitperson teilnimmst. Außerdem sind an dieser Challenge mit dabei sieben weitere YouTuber mit deren Gewinner sowie ich. Wir treten an diesem Tag gegen das Team Priel an. Wir gehören nämlich zu dem Team Somat. Das Datum für dieses Challenge Event steht übrigens auch schon fest. Auch dieses findet ihr in den Teilnahmebedingungen. Ich drücke euch jetzt allen ganz, ganz feste die Daumen. Kommentiert fleißig. Ich bin mal gespannt, was ihr zu antworten habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald zu unserem Cleaning & Cooking Challenge Event in Hamburg. Ich freue mich riesig, einen von euch mit Begleitperson dort zu treffen. Ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag, einen tollen Start in die neue Woche und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video. Macht's gut! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!